Geht's euch gut? Ja, alles super. Die ersten Worte nach dem Spiel? Ja, mein Freund. Wir freuen uns, dass wir theoretisch in der Liga bleiben. Es ist einfach ein tolles Gefühl, zuhause gegen Göpping gegen eine Strecke-Mannschaft zu gewinnen. Und auch Andi hat heute ein wichtiger Beitrag geleistet und wir sind auch stolz auf ihn. Du hast schöne Tore, die du gemacht hast. Dankeschön. Also, muss man schon sagen, er kommt wie ein Panzer angerollt und bombardiert einfach alle weg. Also, er ist schon ein guter Junge.